Hallihallo, mein lieben Ritter und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Oh, mein dummer Controller, ey. Ist nicht zu fassen. Und, ähm, wir haben noch ein kleines Rätsel zu lösen und das machen wir jetzt mal in der Baker Street. Ja. Dann können wir mal gucken, ob wir noch was herleiten können. Im Kohlebecken. Rechtzeitig ist auch Beschwerde, gestohle Notizen, seltsame Wunde. Nein, 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 nein. Kannte die Wunde... Nee, okay. Hätte sein können, dass das irgendwie zusammenhängt. Okay. War nur mal so ein Versuch. So, wir haben nämlich so eine komischen Würfel eingesammelt. Warum stehst du hier am Fenster? Ja, äh, die Dinger hier natürlich überprüfen. Gussformteile zusammensetzen. Es sind 12 Teile hier. Lass uns sie versuchen, zu sammeln. Oh, Gott. Drehen und vertauschen sie die Teile auf Basis ihrer Form, um sie passend zueinander zu positionieren. Ja. LB halten, vertikal drehen. Loslassen, horizontal drehen. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ähm... Also... Fangen wir mal mit dem hier an. So. So, also das muss schon mal so, würde ich mal sagen. Oh, dieser Controller. So. Nein, nein, das war's noch nicht. Moment. Wir müssen... Ah, 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 okay. Ähm... Ich möchte gerne... Den... Nicht die komplette Reihe... Sondern den... Möchte ich gerne nach oben oder unten drehen, eigentlich. Also, den möchte ich gerne auch vertikal drehen. Geht das denn nicht? Weil so kann ich nur das ganze Konstrukt... wählen. Hm. Das ist seltsam. Kann ich es einmal rumdrehen? Nee. Kann ich die nicht vertauschen? Untersuch... Ach so. Das... Okay. Das rote... Das rote ist der Fixpunkt. Okay. Das kann ich auch nicht verschieben oder so. Nee. Gut. 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 Überprüfen ist... Okay. Die beiden passen zusammen. Das scheint auch von der Form her zu passen. Gut. Dann fangen wir einfach von unten an, würde ich sagen. Drehen, 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 drehen. So. Die passen. Aber der passt nicht. Okay. Wie kann ich... Wie kann ich... Ich würde die gerne miteinander vertauschen. Also wenn ich eins auswähle, dann muss ich das doch... Okay. Okay. Warum sagt mir das keiner? Warte, müssen wir eins finden, was unten glatt ist. Das ist nicht, das ist nicht. Das könnte es sein. Oder das... Dieses hier, was ich vorhin hatte. Ah, die beiden passen. Okay. Da ist eine... Viereckige... Viereckige Dinge ins Muster rein. Okay. Dann kann es... Eigentlich nur... Nee, warte mal. Das ist nicht so einfach. Der hier. Der muss vertauscht werden mit dem hier. So. Dreh dich. Dreh dich. Genau. So. Und jetzt den hier ersetzen. So. Nee, der passt da nicht drin. Warum passt der da nicht drin? Weil der unten... Okay. Wir brauchen ein anderes Teil. Und zwar... Und zwar... Dieses... Mit... Dem... Ähm... Einmal so... Genau. So. Wenn wir das Teil jetzt noch irgendwie vertauschen könnten... Oder vielleicht müssen wir das nicht vertauschen... Sondern einfach nur... Richtig dran schieben. Nein. Das stimmt nicht. Ha. Und zwar nehmen wir das hier... Mit dem. Wenn ich mich nicht irre. So. Jawohl. Haben wir den Boden. Haben wir schon mal. So. Jetzt brauchen wir hier ein dreieckiges. Und da ein... Rundes. Ist das rund? Ich weiß es nicht genau. Wir brauchen eine dreieckige... Einkerbung. Oder wir können auch erstmal die oben hinstellen. Jetzt keine... Keine Kerbe oder... Kein... Kein Stück oben haben. Zum Beispiel das und das. So. So. Dann kann es ja nicht so schwer sein. Also. Wir brauchen... Wahrscheinlich das hier. So. Drehen wir einmal rum. So. Müsste das... Nein. Klappt nicht. Okay. Dann ist es ein anderes. Dann wahrscheinlich das hier. So. Ja. Okay. Das ist hier so ein Dreieck, das nach außen zeigt. Das müsste dieses hier daneben sein. Das müssten wir bloß mal drehen. So. Und dann noch das hier, was wir auch bloß drehen müssten. So. Jawohl. Und jetzt noch oben. Also. Da haben wir ein viereckiges... Da muss eine viereckige... Kerbe rein. Da haben wir drei von. Okay. Dann nehmen wir erst mal das Dreieckige. Das hier. Alter. Das hier mit dem da hinten vertauschen. Und einmal gedreht. Und so. Genau. Alles klar. So. Dann haben wir... Dreieck nach außen. Das ist das. Das. Und das. Einmal gedreht. Und passt. Oh, ich glaube beim letzten Mal habe ich hier länger dran gesessen. Das freut mich. So. Und dann... Ja. Die sind schon an ihrer Position. Die müssen nur noch gedreht werden. Einmal so. Und... Einmal... So. Und dann ist das. Passt. Haha. Macht's. Okay. Oh. Wir stellen den Dolch her. Ah, okay. Schmelzziegel. Ein halbes Glas Wasser. Okay. Wasser. So. Ja, dann rühren wir mal um. Und... Rein damit. Bis wir das nicht erst mal trocknen lassen. Ein Dolch. Aha. Okay. Die Gussform. Die Gussform in St. Material in einen silbernen Dolch herzustellen. Das kriegen wir hin. Okay. Wir brauchen... Wir haben uns auch... Wir haben... Das Silber haben wir doch dabei, ne? Let's try to create an object from silver by using the mold. Wir schmelzen silber. Gib mir das silber. So. Und mach den Brenner an. Es wird eine Minute dauern, um das Silber mit meinem Gas-Burner zu schmelzen. Done. Now I can proceed further. Ja. Und rein damit. The mold is hot. I should wait for it to cool down. Done. Now I can proceed further. Ja, 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 ja. So. Und jetzt haben wir... ...einen Silber durch. Do it yourself. Excellent. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. Sag ich doch. Sag ich doch. Ich wollte nämlich vorhin schon das Silberstück mit der Wunde benutzen. Aber... Ja. Das ging ja dann noch nicht, offenbar. Können wir das jetzt nochmal irgendwie machen? Silber durch. Im Kohlebecken. Der Mord wurde mit einer Waffe aus Silber begangen, die nach der Tat im Kohlebecken eingeschmolzen wurde. Sir... Dieser Garrow, der hat doch eine Brille gehabt. Die lag doch auf dem Kohlebecken. Die ist gesprungen, weil der zu nahe da dran kam, ja. Das ist ja schon mal sehr verdächtig. Das ist ja schon mal sehr verdächtig. So, was machen wir denn jetzt? Achso, ja. Wir haben ja noch diese komischen Statuen. Okay. Was machen wir denn jetzt nochmal? Die Thermen nochmal untersuchen. Was ist eigentlich mit dem blöden Champagner? Ich weiß es nicht genau. Ich gehe einfach nochmal in die Thermen. Ob ich da irgendwas machen kann. Ich weiß nicht, was mir mit dem blöden Champagner rechtzeitiges Auftauchen... Ich weiß nicht, dass ich mir einen großen Einfluss, den Sir Rodney seiner Meinung nach hinsichtlich der Thermen hatte. Ah. Ah. Pitkins Sorgen. Pitkin war nicht glücklich darüber, dass sich die Eröffnung der römischen Thermen wegen Sir Rodney verzögerte, aber verärgert. Pitkin ging davon aus, dass ich Sir Rodneys Forschung für ihn auszahlen würde. Die Arbeit sollte den Ruf und die Popularität der Thermen verbessern. Nee, war der nicht stinkig? Da muss ich gleich nochmal ein bisschen gucken. Das hat... Da gab es noch einen Brief. Warte mal. Ich gucke mir mal den Brief nochmal an. Sir Gregory an Mr. Blinkhorn. Bla, bla, bla. Es gibt hier noch keinen Nenzen mit einem Fortschritt. Äh... 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 Okay, das ist aber an, 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 an... An dem Blinkhorn. Also das war ja der Alarmausstieg. Ah, ich weiß nicht so genau. Okay, das waren die Blinkhorn. Heute habe ich ihn beinahe gefunden. Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen. Der meint also den Dolch, nehme ich mal an. Ah, das ist der Mithras... Bencliffs Einfluss. Wer schreibt das? Das schreibt Herr Bencliff. Okay. An einen Blackmoor... Sir Gregory war zu Beginn, als ich hier angefangen habe, ein Ärgernis. Er hat sich zum Besseren entwickelt. Hmm. Also eigentlich sollte ja die Therme, oder besser gesagt das Freaky Darium, fertig werden. Aber er hat nach dem Dolch gesucht, wenn ich mich nicht irre, ja. Das hat den sicherlich sauer gemacht. Wir können ja nochmal... Gucken. Bla, bla, bla. Sein Ziel ist es, die Terme der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Okay. Also er fand ihn nicht besonders sympathisch, okay. Hat er die Arbeiten behindert? Nicht im geringsten. Okay. Was heute Morgen? Das ist ja... Okay, also... Das ging jedenfalls. So, wie lief ihre Arbeit? Ziemlich schleppend. Okay, er hat sich über Blinkhorn geärgert. Die Rodney-Arbeit war äußerst vielversprechend und auch forderlich für die öffentliche Wahrnehmung. Äh... Er hat noch andere Stile, die er daheim gehalten hatte. Okay, das ist der Gerbo. Bla, bla, bla. Ja... Okay, ich glaube... Der war... Nicht sauer. Ich glaube, der war nicht sauer darüber. So, Blinkhorn. Ich gehe jetzt einfach mal, dass... Der hat... Ich glaube nicht, dass der irgendwie sauer auf den war. So, und was haben wir hier? Gerbos Krankheit. So, und da würde ich jetzt mal sagen, der ist über den Mithras-Fluch irgendwie. Da hat der was mit zu schaffen. So, das schnöckelt sich hier alles schon mal schön zusammen. Das ist schon mal gut. So, ich möchte jetzt noch mal schnell... Hier rein. Was ist mit diesem blöden Champagner? Ja. Weinetikett. Geschmolzenes Eis. Ist da noch irgendwas? Warum können wir das noch angucken? Korken. Ist hier noch irgendwas dran? Ich verstehe nicht, was mit diesem blöden Champagner ist. Hm. Huh. Okay. Hier ist... Was ist mit diesem Dampf hier? So. Brille. Das ist die Brille, ja. Die haben wir aber auch schon fertig untersucht. Hier ist dann nichts mehr drin. Der Arme muss hier... Der muss hier drin stehen, ey. Der muss sich doch ein Wolf schwitzen. Gut. Dann würde ich sagen, wir enden die Folge erst mal hier. Und dann gucken wir mal beim nächsten Mal, ob wir irgendwie noch... Was mit diesen Göttern herausfinden können. Ja. Und dann sage ich mal... Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ciao.